U.V. Schullogik Stitchcom Ha? Ich kann mitmachen, wartet. Ich habe zwar keine Ahnung, wo meine Zeugnisse sind, aber ich hatte eine 3 in Kunst. Das waren alles Unterschriften von Leuten, die sich den angeguckt haben. Das war in dem Jahr, an dem ich die 3 bekommen habe. Man sieht's. Das habe ich mit 13 gemalt. Man sieht auch eindeutig meine Schulnoten. Natürlich auch. Anime-Phase durfte nicht fehlen. Niki Tutorials. Anime. Vienna. 10. Klasse, eine Klassenkameradin. Und das war schon mein Unterricht. Halten wir fest, am Talent hat's nicht gelegen, aber an der Disziplin bei mir. Ich war unfassbar faul. Und ja, das spiegeln eure Noten eigentlich wieder. Wie weit könnt ihr euch zu Hause selbst nochmal hinsetzen, um zu lernen. Wie im Studium. Mehr nicht.